Alter, ich trau mich nicht. So, ahaha, siehst du, weil ich das versche... Ah, Gute, ah! Okay, Höraufgabe. Stelle deinen Ton auf 100%. Okay, wahrscheinlich kommt vielleicht so ein... so ein Gesicht, der schreit. Ne, ähm... 1, 2, 3, 4 und Knöpfe, okay. Mhm. Nochmal hören. Ach so. Mhm, 1 ist schon mal das. Okay. Du war wahrscheinlich... Mhm, nochmal hören. Also... Düm... Das war auf jeden Fall das hier. Düm... Genau. Das hier. Düm... Gibt's ja gar nicht. Hä? Diese... Dieses... Ach, hier oben sind auch noch welche. Ah, okay. Das war... Das. Also 1, 4, 3. 2 da wahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt kurz warten, damit sich's... Ah, da ist auch eine Kiste. Mhm. Also, 1, 4, 3, 2. Oder? Äh... Ach so, und die richtigen muss ich wahrscheinlich... Äh... natürlich... Runtermachen. Wann ist jetzt die... 4, 4... Warte mal. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie das System funktioniert, ob er will, dass ich die Knöpfe drücke, die, äh... hier in der Wand sind, oder anders. Also. Ach nein, wahrscheinlich die Reihenfolge, klar. Nochmal... Also. Er will, dass ich zuerst... Den Hebel runter mache. Düm... Das ist der. Dann will er, dass ich... Diesen Hebel runter mache. Was der da ist. Dann will er, dass ich... Den... Das war... Nein! Nochmal. Also, er will... Oder... Okay, der war das. Also. Was letztes? Der hier. Oder? Müsste es das nicht sein? Hilfe! Was? Was hast du denn... Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier drauf ankommt, ob ich die Reihenfolge richtig mache. Äh... Äh... Weil hier ist ja auch keine Wolle mehr. Hier kann ich eh keinen Rotstorm verlegen. Äh... Auf die Kiste konnte ich ja eh zugreifen. Höraufgabe. Stell deinen... Steintun auf 100%. Gut, aber... Was ist das hier so... Eins... Zwei... Drei... Drei... Vier... Ja, was soll ich da jetzt noch machen? Ha! Ja... Ich bin nicht so ganz... sicher... Wie das funktionieren soll. Ich versuche jetzt hier nochmal was rum Äh Sonst hat sich das halt wieder geschlossen Oder ich muss halt da den Richtigen Code eingeben, damit Sich hier was mit dem Redstone tut Wer weiß Also so ist es nochmal 1, 2, 3, 4 So Und das war Dümdümdümdüm Nochmal hören Ja und jetzt Wahrscheinlich nicht oder? Es sollte jetzt nicht reichen Die schon zu öffnen oder? Ja doch Ich weiß nicht ob es das jetzt war oder Ne? Vielleicht So wieder ins kalte Becken Äh Weiter geht's Oh Okay Beheize den Ofen Okay Da brauche ich Kohlen für Und die ist Kohle ist wahrscheinlich ganz oben In dem Ding Alles klar Äh Ah ja Okay So ich habe meinen Sound noch auf Ganz laut Das ist zu laut So Okay So jetzt hier drauf Äh Ja Hier Hier Oh Okay Ähm Ach so Ich Idiot Man kann ja gar nicht auf Zäune springen Ich Also Von der gleichen Höhe aus Logisch So 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 Also Hier drauf Hier drauf Ach du Scheiße Jetzt wird es spannend Ich hasse das Ich hasse es Ach Gott Okay Nochmal Aha Aha Okay So Nein Ach Gott Ich vergesse immer Dass da immer noch eine Ecke kommt Bei der Stelle Ach Und ich kann es so oder so nicht Und das macht es alles noch ein bisschen schwerer Wenn man es nicht kann So 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 Und die Ecke beachten So Hier ist keine Ecke So Dann hier drauf Langsam hier vor Weiter Langsam davor Oh Nein Oh Mann Das ist das Schlimme Wenn man auch das Reflex korrigiert Weil man denkt Jetzt fällt mal runter Aber eigentlich gar nicht runterfallen würde Und ich mache es schon wieder Äh Das ist das Schlimme daran Wenn man das aus Reflex korrigiert Aber eigentlich gar nicht muss Und dadurch fährt man dann runter Mann Okay Nochmal So Einfach mal Die Reflexe ausschalten Passt Okay Ach Gott Das ist ja Das ist Das Ja Gott Das ist so 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 Das ist ärgert Achso hier ist auch noch was Raisin Okay Nochmal Ach komm schon jetzt So sage ich schon hier Äh Nein Nein Ja So Möge ich das auch noch machen Wahrscheinlich Na gut Ich habe ein bisschen Angst Okay Ähm Achso richtig Hier drauf Ähm Ne So Okay Okay nochmal Mann Ach komm schon Jetzt Trau dich von der Wand weg Nein Trau dich Ja Trau dich Alter Ich trau mich nicht So Aha Siehst du Weil das Ach Gott Noch mal So 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 Mann Das ist deprimierend So Ah nö Mann Das ist scheiße Ist das Ich hasse es So 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 Okay 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 Jetzt Hier drauf So Ja Oh nein Bitte nicht runterfallen Ah Okay Komm schon Ich lov Ich Tsch Ich 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 Tsch